Ich bin der Bernhard Obernosterer, ich bin Geschäftsführer der Firma Ask Your Ben und wir betreuen Klein-Mittelstandskunden in Österreich im IT-Bereich. Wir machen das sehr persönlich und jeder Kunde hat einen sogenannten Ben und der Ben ist der persönliche Betreuer des Kunden. Er kennt die Infrastruktur beim Kunden, kennt die Menschen vor Ort und kann damit rasch reagieren und schnell Probleme lösen. Wir machen sehr viel proaktiv, also wir schauen darauf, dass es nicht dazu kommt, dass der Kunde ein Problem überhaupt kriegt. Wir sind täglich dran zu schauen, wie es den Systemen geht und proaktiv einfach zu reagieren. Wir haben unseren besagten Plan, den Kunden auch zwei bis jünger im Jahr nicht nur technisch strukturell, sondern auch organisatorisch helfend und unterstützend dabei zu beraten, wie er Dinge besser machen kann in seinem Prozess oder Tagesabläufen. Dadurch, dass man immer eine Ansprechperson hat, kennt sich der natürlich im Unternehmen und in den verschiedenen Fachbereichen der EDV aus und kann auf jedes Problem sofort reagieren. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Für mich persönlich ist IT einfach ein mega, mega Hilfsmittel, Menschen das Leben besser zu machen. Wir sind mit Begeisterung wirklich in diese Volksbank hineingeraten und haben nicht lange überlegen müssen, wem wir weiter das Mandat für unsere Bankgeschäfte geben.